Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von Let's Play Mario Kart 8 Online. Ja, es wird mal wieder Zeit, Leute, für Mario Kart 8. Ja, es tut mir wahnsinnig leid, dass lange das Projekt nicht mehr lief und ja, es lag einfach daran, dass ich einfach, ich hatte dafür einfach keine Zeit gehabt, Leute. Also ich war die ganze Zeit nur mit einem Projekt am Kleben, also ich hatte einfach auch andere Projekte, also ich hatte die anderen, also zum Beispiel Musik oder so, hatte ich auch gar nicht hochgeladen oder so. Also das ist, ja, einfach unregelmäßiger Upload gewesen, ne, und es lag einfach wegen Need for Speed, Moss Wanted, weil ich war schon am Finale gewesen und ich wollte das einfach schnell durchmachen, Leute. Also das ist, und ich hab's zum Glück durchgemacht und ja, jetzt, dann wird das auch mal endlich wieder ein normaler Upload planen, also dass ich wirklich jedes Mal, also, ach, mich überschreckt mich an. Diese Gegner, Leute, das ist, ich hab grad so einen Anlag gehabt, als ich euch aufgenommen hab, also, ja. Ich hab einfach verlernt, Leute, ich hab's einfach verlernt, aber ihr seht grad, dass ich grad Zweiter bin, also, das ist jetzt unerwartet für mich, so was. Ja, ja, also ich find das so unfair, dass manche andere die DLC, ähm, Charakter haben, also ich find das so unfair. Ich kann es leider nicht, das, ich kann's leider nicht, Leute. Ich kann, äh, leider nicht schwarzen Yoshi bauen oder so, das geht nicht. Ja, nur wegen der Zustimmung von meinen Eltern, das ist einfach so, die wollen einfach nicht und, ja. Ja, hab ich ja schon auch einmal, das war schon lange her, als ich das angesprochen hab, also, ja. Mein Gott, Japaner, ey. Yes, jetzt bin ich schnell weg, wie du denkst, Alter. Mit deinen Piranha, ja, ist doch klar. Come on, ey. Also, ja, die Spieler haben sich nicht verändert, die sind einfach so geblieben, einfach so ein Troller. Ja, solche Trollinger, ey. Also, wie soll ich das ansprechen? Trollen einfach gerne. Ach du Scheiß, ich war auf eine Scheiß-Banane, leck mich am Arsch. Nein, das darf doch nicht wahr sein, ey. So eine verdickte Banane, Leute, ey, ne. So eine verdammte Banane. Ja, Leute. Das hier läuft ja einfach wie geschmiert, ne. Mhm. Ja, ich glaub, ich hab schon das Wichtige schon angesprochen, also, also, wie es so aktuell aussieht, also, es werden einfach jetzt wirklich regelmäßig jetzt andere Projekte auch laufen, die unregelmäßig gelaufen sind, und ja. Okay, dann haben wir jetzt eine volle Gruppe, also, im Rennen, und ja, finde ich doch einfach geil, dass es gerade so viel los ist, ey, im WW. Also, ja, besser geht's nicht, Leute. Das macht doch Fun, also, das muss einfach ein Online-Part sein, so was, damit es wirklich auch ordentlich abgeht, und, äh, ja, mit so vielen Spielern, ey. Mein Gott, es sind auch hier viele Japaner, ey, ich glaub' es nicht. Also, ja, naja, es ist, es wird gerade fast keine deutschen Gamers oder so, also, ich bin wahrscheinlich der einzige gerade, oder, ne, wahrscheinlich noch auch ein anderer Deutscher. Mhm, ich bin zufrieden mit dem Platz, Leute, also, ich weiß gerade nicht, ob wirklich hier ein Deutscher noch mitspielt. Nein, 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 okay, ich wurde gerade fast gesniped, ey, von so einem anderen Yoshi. Ha! Ja, ja, joff, okay, okay, ich fick' euch alle an meiner Coin. So, ja, mit dem Gamepad, Leute, ich zocke gerade mit dem Gamepad, und ich seh, dass der Akku gerade am Blinken ist, Leute. Das ist shit, also, wenn ich jetzt wirklich gerade mit dem Gamepad zocke, dann, also, ich muss mich beeilen, Leute, ey, mit dem Rennen. Auf jeden Fall, also, das ist schon das letzte Rennen, was ich jetzt mache. Ja, und es ist leider wieder zu Ende, Leute, also, ich werd' aber trotzdem noch einen anderen Part, also noch einen zweiten Part, noch heute hinkriegen. Haube ich mal, ohne Fels, also. Boah, ja, nein, wo fahr' ich denn? Ich will nicht die Wand nehmen, ey, verdammt. Das ist so geil, Leute, das ist so geil. Äh, oh, mega, ja, genau, genau, nein, 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 was nicht, dafür, nein, 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 ach, du Scheiße, das war gerade krass, Alter, Leute. Und, ja, ich hab' gerade Lack gehabt, ey, ich hab', weil da waren Leute, die hatten Sternen gehabt, also, ja, komm. Es ist gut gelaufen, mit Pluspunkten, wie ihr seht. Und, äh, ja, muss ich mich jetzt verabschieden, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und bis beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.